Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! 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 Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen! Wieso rührt sich nix? Achso, jetzt. Drei, Zwo, Eins! Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen! Heute wieder zu einer Folge World War Z, zusammen mit Fresh Fries! Hallo! Kapitel 3, komme was wolle! Naja, komme was wolle! Gucken wir mal, was kommt! Meistens Zombies, oder? Na, besonders weil wir jetzt scheinbar wieder in der Oberfläche sind. Yay! We have arrived at the ninth circle of hell! Please gather your belongings! Thanks for the ride, Stevie! Do we hug, kiss, or should I just quietly watch you approach your human and death? Silence suits you best! Have fun with your trains, Nutcase! Okay! So! Und draußen! Es ist halt immer blöd, weil man immer dann mit einer anderen, äh, mit der Ursprungswaffe startet. Ah, mit der Dings! Ach, hier können wir dann! Oh, ah! Wieder übers Drehkreuz springen! Erstmal C4 Ladung nachfüllen! Was? Du kannst jetzt C4 Ladungen nachfüllen! Ich kann die... Ich kann so eine Injektorpistole nachfüllen! Okay, nice! Dann hat jeder sein Zeug zum Nachfüllen, weiß ich wahrscheinlich! Ja, aber nee, ich konnte halt nicht mehr auffüllen, weil du schon aufgefüllt hast! Wohin rennen die? Der Lautstärke hinterher! Ah, dem Helikopter oder Flugzeug oder was? Kein Geräusch! Einfach nur laufen! Du kannst auch schleichen! Wie? Steuerung! Ah! Ich hab auch extra... ...die Pistole genommen! Wir sind hier völlig entsposed. Wir haben Stärken auf der Seite! Hier ist eine automatische Schrotflinte! Die war ganz okay für Zweitwaffe! Ich glaub, hier kommt... Oh! Ich glaub, hier kommt... In your face, Junge! Alter! Ey, Leute! Die sagen kein Geräusch, aber hey! Wir gehen her und schießen als erstes! Alter! Wir sind Waffen! Hab... Hab... Hab ich mich verjagt! Warum? Wir sind Verbandskästen! Ich weiß nicht, ob du auffüllen kannst! Nee, ich hab noch... Ich hab immer standardmäßig am Anfang einen! Ja, aber ich hab auch C4 standardmäßig einen, kann aber direkt auf zwei aufhören! Ist so gut! Ich komischerweise nicht! Ja, mach das! Wer ballert hier schon wieder laut? Keine Ahnung! Keine Ahnung! Aber... Hinter uns kommt gleich ein Bull! Das war ne gute Idee mit der... Mit der Gasklasche da! Ja! Ja! Na! 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 Dicke! Alter! Wurdest du jetzt angesprungen? Ja! Na, da bleibt deinem kurz das Herz stehen, wenn man nicht damit rechnet! Hey, da ist eine Tunnel, unter den Tracks! Unter den Tracks, ich wollte gar nicht runterholen, aber okay! Wir müssen. Dicker! Ich baller ihm in den Schritt. Ich auch. Jetzt. Die Schulter war's. Ich bin um die Ecke und sehe, dass er hinspringt. Oh, ich hab gerade noch Muni. Geh hoch, komm. Schüler fliegt hier Muni. Bräuchte halt echt dringend. Ich hab nur 50 Schuss für meine MP. Und MP ist nicht schnell. Hier oben ist Muni. Kann man die nicht öffnen, die Sachen? Ne, anscheinend nicht. Ja, ne. Alter! Wir würden gerne wissen, wie Nahkampf geht. Oh, sonnig. Da kommen sie alle angeflogen. DMP ist jetzt nicht mein Lieblingswerfer. Ich hätte gerne wieder mein Sturmgewehr oder so. Ja, ich glaub, ich nehm auch wieder ein Sturmgewehr. Geh mal runter, ne? Es ist halt die Schwimme, weil bei mir standardmäßig die MP drin ist. Ja, bei mir ist Schrotze standardmäßig aber auch nicht so geil. Wie tief? Nutzlastgewehr. Ja, das nehm ich zur Not auch noch mit. Ja, ist ja für Zweitwaffe, ne? Hier liegen gar keine. Da hinten sind Waffen. Ich glaub, da kommen gleich wieder Zombies. Hier ist Muni. Hier ist ein stationäres, automatisches. Hier ist das Automatische. Ich hab'n Sportkaliber. Karabiner, nicht Sportkaliber. Jetzt ist die Frage, wo kommen die Zombies? Wo pack' ich das Automatische hin? Ich glaub' das Automatische pack' ich hier hin, ne? So. Jetzt noch C4 nehm' ich nochmals. Wo pack' ich das Stationäre hin? Irgendwo hier oben, oder? Ja, irgendwo, dass wir's bedienen können von da. Hier ist noch ein Automatischer. Hier ist noch ein Medikit, wenn du das aufnehmen kannst. Ne, ich kann nur eins. Okay. So, stell' ich. Ja, dann starten wir das Ding, oder? Ja, dann starten wir. Oh, warte. Ich seh' da hinten noch zwei Geschütztürme, oder so. Wo? Hier. Ein Hochspannungsnetz. Okay. Äh? Lol. Das könnte ich hier hinlegen. Mach' mal. Okay. Hier ist auch noch irgendwas, Leute. Für Volvo und PDW, was ist PDW? Weiß' ich nicht. Guck' ich mir mal an. Oh, sieht lustig aus. Okay. Äh, dann komm' ich hoch. Kann's drücken, wenn du jetzt? Ja, ich drück. Kaum laut, Körper. Wo? Ah, da hin. Alter, da kann man ja voll reinhalten. Jeder Schuss an Treffer, ne? So, im Prinzip. Alter! Ich hatte irgendwas angesprochen. Da ist ein Dicker, da ist ein Dicker. Oh, ich bin infiziert. Da musst du den desinfizieren? Ja, ja. Ich muss nach... Wo ist Moon hier oben, ne? Nee, wo ist Moon? Fuck, hier war doch irgendwie Moon. Hier. Scheiße! Das ist eine... äh... Geschütze ist leer. Oh, fuck. Das hier unten? Hm? Nee, das obere. Ah, fuck. Das will man selber bedienen konnte. Hier kommt noch mehr. Die kommen auch von allen Seiten jetzt. Ich halt vorn. Da, wo die meisten kommen. Die kommen schon über den Zaun hier. Ich habe auch kaum noch Muni. Ich hole schnell Munition. Ja. Ja. Ich hole mir auch neue. Ich gehe Knopf drücken. Ja, mach das. Ich werde zwar oben, aber... Wir müssen hier irgendwie ins Depot verlassen. Ja, wir sind nicht da. Ja. Hier rechts. Ich muss schnell... Nimm Muni noch mit! Ja, ich gehe weg. Oh, fuck! Wo? Ich gehe direkt bei mir. Ist da warm. Komm, raus hier. Hier oben nochmal? Nee, also unter. Rein da. Pass auf, du bist... Komm durch hier. Ja, Moment. Äh, hier ist noch irgendwas. Kompaktisch Rotflänken. Ja, wir müssen uns hier wieder aufbauen. Und dann hin. Zumindest zu zweit aufbauen. Ja. Hier ist wieder Zeug. Gegner sind hier auch. Sturmgewehr ist hier. Äh. Wie sieht's denn eigentlich mit der Heilung aus? Geht eigentlich noch. Ich heil mich mal. Kostet ja nix. Ich gebe mir einen Zusatzbalken. Er gönnt sich. Ah, hier brauchen wir wieder Sprengladung. Hier ist einfach nix drin, okay. Ich will mir hier das Schwert gönnen. Hehehehe. Mega. Ich mir, ich mir die Rüstung. Kann mich keiner beißen. Du, da kommt bestimmt so'n Zombie in der Rüstung auf uns, ne? Rad, von überall? Ja, guck mal hier rechts. Oh, die brechen auch aus. Oh, die brechen auch aus. Hello, friends. Oh, oh, dicker. Ja, wir wissen's, Frau. Komm wieder ein dicker? Ah, Don. Da kommt noch Moon, ne? Ja, ich geh mal zurück und hol Moon. Oh, gute Idee. Wo sind, waren die? Hier, hinten, ganz durch. Boah. Alter. Hä, war das so weit? Hä, war das so weit? Ja, denk ich mir auch grad. Es war nie im Leben so weit. Wir haben nur noch die Pistol. Doch, hier. Wo? Hier hinten, wo ich bin. Ich seh' dich grad' nicht. Ganz durch, ganz durch. Einfach immer weiterlaufen. So weit hinten. Ja, ja. Hier kommen soviel Zombies. Ja, ich weiß. Alter. Ab wieder, Moonie. Warte noch hier. Du rennst schon wieder weg. Ey, bis wir hier draußen sind, haben wir eh wieder keine Moonie mehr. Komm. Wie kommt man an den da oben? Da. 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 Oh, einer mit Gas erschossen worden. Noch einer mit Gas. Ja, ich steh' genau dran im Gas. Komm rüber hier. Alter. Ich liebe es. Also, Jumpscare is real. Gegen den hätt' ich nicht mal was machen können. Ah, hier ist Moon unter. Oh. 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 That was close. Can't stop it. Gotta get to that evac site. Shit. That was close. We need to get outside. Let's go. We need to get outside. D4 auffüllen. Nice. Kampfschrotflinte wär' hier. Oh, ich hab ne Dings. Mane. Ah! Friendly fire! Okay. Weiter geht's, ne? Ah, hier ist noch ein Verbandsgasten. So. Willst du nur kurz Gator Point hier? Ja, unbedingt. Komm. Mach auf. Ist schon eigentlich. Alter. Hier ist eine Sturmschrotflinte und ein Kampfgewehr. Ja, ich weiß nicht, ob du davon was sagst. Ich glaub, die fand ich nicht so geil. Ah, geht. Ah, ich bin... Kommst, Mensch? Ja, ja. Bin dabei, bin dabei. Die schießen da von oben auf die. Wir müssen gar nix machen. Mega gut. Ja. Da könntest du Kills hochfahren, wenn du willst. Hä, hier ist eine Tanne. Warte, warte, warte. Au, au. Ne Mine! Oh, fuck. Hier kommen Gegner. Oh, fuck. Hier ist noch ein Torred. Oh, fuck. Hier ist noch ein Torred. Oh. Er sprengt mal wieder. Er sprengt mal wieder. Oh, fuck. Der schreit einer rum. War die Muni hier weit weg? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ja, doch schon. Ah, ich weiß es nicht. Hier ist irgendwas. C4 Ladung. Ah, komm, wir gehen erstmal vor, besser. Ja, okay. Ich hab halt echt kaum noch Schuss. Ah, die gehen auch immer schnell leer. Hier vorne ist Moon, hier vorne ist Moon. Ja, gut. Ich guck hier schon mal. Wo ist Moon? Äh, hier. Wenn du hier rein gehst. Ah, super. Hier sind auch andere Waffen, Kampfgewehr. Ich weiß nicht. Äh, Verbandsgasten kann ich mitnehmen. Kannst auch einmal irgendein der Dings heilen, glaube ich. Zweieinhalb, beide. Oh, hinter uns auch. Wo müssen wir hin? Wir müssen da runter. Ah, hier weiter. Ich bin mal getötet. Hier oben gibt es irgendwelche Dinger. Da droppen ein paar. Ein dicker. Oh, fuck. Und an meiner Position. Ah, mich hat einer erwischt. Ah, Badon. Hier ist Stachetrad auch noch. Ja, hier ist viel Gas. Wir sollten ein Stachetrad wahrscheinlich hier irgendwo hinpacken. Hier ist er. Hallo? Ach, hat er automatisch gemeint. Was ist du? Äh, MLG, äh, MGL. Okay, ich aktiviere mal hier. Oh, was. Ich hab's mitnehmen. Mach gar nichts. Nein. Aufählen. Eliminieren, dahinten. so von da kommen die ja rechts hinter dir kommen auch echt nix sterbt oh fuck nicht zu wenige hier über zu wenig blut können uns jetzt nicht beschweren die kommen ja auch über das wasser ein bisschen ab ab selber bin der klemmt aktiviere sie erneut sich die aktiviere ich hole mir mal nun die nach hat muni ich hole mir jetzt welche ich merks ich spüre es am leibe ich hab die mal die viecher ein bisschen fern gehalten die kommen schon wieder übers wasser er wollte wieder zurück klettern der zombie hat keinen bock mehr gehabt da kommen gehen wir zurück dicker aber wenn man zu viel drauf schießt dann ist er relativ schnell weg er geht weg hier wenn der klemmt aktivieren erneut und die gegner kommen und alles das ist gleich da ich würde schon rüber springen ja dann sag mir mal wo die springen taste ist da vorne rechts ist die springtaste ja bist du eh nur am sprengen oder wie gerade habe ich den granatwerfer mal ausgepackt alter erreichend ist gut go 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 alter 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 Bis zum Lächeln Champlain. Ja, wir sollten da sicher sein. Es gibt nichts mehr hier. Ich werde nie aus dem Boot rauskommen. Kopfjäger bin ich auch wieder mit 67. Überlebenskünstler bin ich. Du bist auch Vernichtungsexperte. Meist die Explosivkills mit 200 sonst was. Fußabtreter habe ich freigeschaltet. Ach, das ist so ein Perk. Ich habe Pflaster drauf. Mein Sturmkarabiner wurde gelevelt. Gucken wir doch mal, was wir wieder anpassen können. Pistole. MP geht ein Stück. Die muss jetzt gut gehen, der Sportkarabiner. Da habe ich einige Kills mitgemacht. Klasse. Und noch 150 für den Sieg. Das krasse ist, wir sind bei Schwierigkeitsstufe 1. Wir können noch höher drehen. Und da sind noch fucking vier Stufen. Ja. Fußabtreter. Claimer können 25% weitere Ziele. Du beginnst mit der Claimer. Ja, dann kaufe ich das doch mal. Was auch immer das bedeutet. Oh, regeneriert. 30% Gesundheit bei einem Team. Ah, hier kann man die selber doch ändern. Okay. Was regeneriert? 30% Gesundheit bei einem Teammitglied, nachdem es wiederbelebt wurde. Grundwert 20. Das ist jetzt aber nicht so geil. Nee. Muss ich jetzt mal sagen. Waffenanpassungen. Ich könnte mir für den Sportkarabiner ein Dingens holen. Ein Visier. Genauso für das Sturmgewehr. Ja. Ach, ich spare mal, oder? Ja, ich würde mir schon irgendwas gönnen, weil die kosten glaube ich alle nur 150, ne? Und du kriegst ja nach jedem Match quasi so gut. Na gut. Dann kaufe ich das hier. Ein Visier. Eieiei. Das ist Spiel mit Wiederspielwert würde ich sagen. Wenn man die Schwierigkeitsgrade hochtät. Aber! Wir sind jetzt mittlerweile am Ende dieser Folge angelagt. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt uns was in die Kommentare. Schaut bei dem guten Fresh vorbei. Der hat auch seine Sicht aufgenommen. Und hier sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.